Sie hat keinen Schutz mehr vor der Mutter. Und dann werden die Bons leicht geimpft und dann tut man es komplett umstellen, dass nichts passiert. Und dann landen die jetzt am ersten, die Safine, was kennst du momentan, so einen Welpenbrei? Ja, das will ich schon aus. Sie essen noch nicht mit Messer im Korb. Sie essen noch mit ganzen Gesichtern. Mit ganzen Gesichtern. Ich hab's nämlich fast mit der Flaschengruße genommen, weil Mammies sind, das kann man sich auch...